Herzlich Willkommen zur ersten Aufnahme hier von Overwatch, ja ich habe das Spiel auf der Warplay Convention mir angeschaut und ein bisschen gespielt und ich fand das echt geil, dann habe ich mir das jetzt geholt und ja wir spielen jetzt mal den Genji, das ist so ein Ninja, der macht solche Schuriken, die kann er so ein bisschen werfen und dann kann er so was und das hier und es gibt wie in League of Legends auch so eine Ulti, die dann jemand mit Q machen kann, wenn man genug Leute also wenn man genug Prozent hat, bei 100% geht das, oi, da wollen wir aber, gut, da schießen schon Leute, aber, äh, nein, ich glaube da sitzt ein Sniper, ich weiß nicht und da ist ein bisschen nicht so schlau, wenn man da rausgeht, ich glaube ich gehe mal den anderen Weg, wenn die die ganze Zeit da drauf schießen Dö, 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 Hallöchen, ich hoffe hier ist keiner Mann, soll doch nicht so schnell weg hier Oh, das war ein bisschen, nein, das ist ja schon mal weg Kacke Da ist die, da ist Nein ja Doppelkill ich hab ein Doppelkill oh ich hab wenig Leben hier ich möchte ganz gerne ein Leben haben Dütem wie gehen wir mal hoch wir sind hier oben nein nicht unser Teil da kaputt machen nein das machst du nicht kaputt oder kann man das kaputt meine ich weiß es nicht ich hab diesen Frachten Modus und spiele zum ersten Mal da ist einer mit Sonnen Düm 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 AHHHHH Oh Gott okay die Fracht hat es erreicht das ist gut immer gut wenn die Fracht irgendwas erreicht was ist hier na gut ein paar Gegner wir spielen übrigens also Spiels habe ich auch ähm größtenteils online es gibt auch so einen KI Modus aber gut oh oh die haben ein Scharf oh das ist nicht so toll nein oh ich wusste auch nicht dass da so viele Leute hinter sind man gut ah ja okay ja super ein Bogenschütze ja kack Bogenschütze so dann steigen wir hier nochmal wieder ein ja unsere Fracht müssen wir begleiten ey ja guck mal den habe ich jetzt auch mitgekillt hier 42 Leben oder so ich bin abgestimmt oh da ist einer ey stell nein was ist das denn baut er sich da einfach zusammen teil ich hatte volle Leben super Alter ist das denn für ein Schuss ey was habe ich denn hier immerhin 5-2 wie habe ich denn fünf Leute schon gekillt gut so was ist das denn hier okay jetzt begleitet Marvel die Fracht hier oder was ist hier nix da schießt doch nicht so doof da ja ne 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 nein aah ich hätte es wissen müssen aber gut du 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 ich wollte da jetzt einfach mit meiner Ulti rein aber aber ach so ich dachte ich hätte jetzt noch einen geschafft aber gut feuerfreie Schöpfe hallo wer ist denn dahinter gerne ich müsste ich müsste jetzt wieder diese Fracht begleiten ja stirb 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 da zack stirb so gut freut mich dass die gestorben sind finde ich toll oh oh so was beschießt mich gegenverkehr ne das ist nicht so toll was denn jetzt leben na gut die 20 leben darauf können wir auch mal notgedrungen verzichten ja gut 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 da ist einer oder so keine Ahnung von da oben möchte ganz gerne leben kriegen wo sind denn hier jetzt leben die sammelt man hier mal so ab und zu ein äh ne wo ist hier ne da ist leben yay dankeschön dankeschön für dein Leben ja ich hab den noch gekriegt oh ja ich hab den noch gekriegt und guck da einer mit so'n raket ja oder ist das Granatwerfer keine Ahnung alter plus die 80 gekriegt so'n spaß die mhm dimm jetzt wieder dahin oh cool wir haben ein Checkpoint yay 6 Minuten haben wir noch um die ins Ziel zu kriegen ach was denn hier los 6 4 na gut äh stirb stirb nein schau mal let's noch mini leben ey shit was ist denn da ah oh gott oh gott oh gott wo ist denn der Typ jetzt ey ich wollte jetzt gerade meine Ulti einsetzen oh nein ja ich hab den gekillt oh ich brauch leben ich brauch leben ich brauch leben ich bin gleich tot hier ich geh mir hier rein so volle Leben ne ja schön das ist so ein bisschen wie ein League of Legends nur in 3D hm möchte ich mal betonen aber wenn dann gefällt mir die Steuerung auch hier besser in dem Spiel nein fühlt mich nicht oh da oh diese kack Bomben geht mir weg mit eurem Bomben nein es gibt nämlich so einen der ist so ein bisschen dieser Bombenwerfer ähm und dieser ja die machen viel Schaden ich ein bisschen als Ninja mach nicht so ganz so viel Schaden aber dafür hab ich ja so einen guten Nahkampfangriff ne oh hallo nein ich wollte dich killen man was ja ich weiß hinter mir ja schön bringt sie mal ins Ziel was ist das denn da keine Ahnung was ist das ich weiß nicht was das ist keine Ahnung eine Ahnung was wir jetzt sind Ui ich hab den noch ich hab den noch gekriegt ne ja den da wie auch was pass auf Peter dir ja pass auf Peter dir wie hat mich der ach so ok der hat noch ne Bombe da fallen gelassen 3 Minuten und 50 Sekunden haben wir zur Zeit ja vorwärts ich komm vorwärts und schnell mal 9 5 für gut ja wir gehen mal rücken mal ein bisschen ja geschafft Hallöchen ja Selbstzerstörung bitteschön nein ja ich hab den noch gekriegt ja schön nein nicht da nicht da ein bisschen wir haben mal gewonnen hui es war eine schöne Runde also das war cool muss ich mal sagen ne ich hoffe das Spiel hat euch so gefallen ich weiß ja nicht so wie ihr das so fandet ähm ja es war jetzt mal eine Runde und ähm falls das Spiel haben möchtet in der Beschreibung ne nicht dass er jetzt denkt ich mach dafür Werbung nein ich hab mir das selber gekauft ne so und so sieht das Ende eines Spiels aus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier von Overwatch wieder also ja